Hi, ich bin Peter Gelderhardt und ich stelle euch heute den Tone CD Nobleman vor. Der Nobleman ist ein Overdrive, der von einem klassischen grünen Overdrive aus Deutschland inspiriert wurde. Das Pedal zeichnet sich durch seinen natürlichen, offenen und musikalischen Klang aus, ohne dabei den Charakter der Gitarre oder des Amps zu verändern. Es reagiert dabei sensibel auf den Volumeregler und auf die Dynamik beim Spielen. Auf der Vorderseite des Metallgehäuses haben wir Regler für Volume, Tone und Gain und den Bypass-Fußschalter. Das Pedal hat einen True Bypass. Auf der rechten Seite ist die Stromversorgung mit 9V DC, 11mA. Batteriebetrieb ist nicht möglich. Ich zeige euch kurz meinen Clean Sound und dann werde ich den Gainregler vom Nobleman immer höher drehen und ein bisschen am Tonregler rumspielen. Und ich will euch zeigen, wie gut er reagiert, wenn ich den Volumeregler runterdrehe und wenn ich dynamisch spiele. Außerdem noch, wie gut er reagiert, wenn ich die Hambucker splitte. Ich weiß nicht, wie gut er reagiert, wenn ich den Volumeregler runterdrehe und nicht. Ich weiß nicht, wie gut er reagiert. Er ist wie gut er reagiert, wenn ich den Volumeregler Mit dem Nobleman habt ihr ein super kompaktes Pedal mit natürlichen, offenen und musikalischen Overrive-Sounds. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!